Mein Name ist Christian Lemberger und ich präsentiere hier Tubulito. Tubulito stellt leichte und robuste Fahrradschläuche her. Unser Produkt im Vergleich zu einem bestehenden Fahrradschlauch wiegt weniger als ein Drittel bei der doppelten Robustheit. Der Moment, wo wirklich Glauben an dich war, dass wir bei einem Fachhändler waren und der hat gesagt, wenn das Produkt so gut funktioniert, dann wird er im nächsten Jahr nur noch unseren Schlauch verkaufen. Die erste Bank haben wir als unsere Hausbank gewählt, weil sie den I2B Businessplan unterstützt hat und deswegen haben wir gesehen, die Kooperation passt gut und das erste Gespräch im Gründerservice war auch dementsprechend gut. 25% war die Idee, 25% die technische Umsetzung, 25% das Team natürlich ganz wichtig, weil wir arbeiten jetzt schon fast zwei Jahre an dem Produkt, 25% die Beratung, da ist jetzt I2B, Iniz, ein Startup Inkubator, das Gründerservice, die uns einfach immer wieder von außen einen Blick darauf gegeben haben, wie man es auch von außen sieht, wenn man nicht so belastet ist.